Wo ist Odua? Gut aufgehoben bei Schwarz. Außen ist Nollenberger dabei! Nollenberger ist schnell! Nollenberger! Nollenberger! Führung! Tor für die Bayreuther! Alexander Nollenberger macht's! Wahnsinn! Perfekt zu Ende gespielt! Dieser Konter! Und dann eiskalt geblieben! Sein erstes Tor in der 3. Liga! So, jetzt schauen Sie mal! Wie die alle ausrasten! Perfekt! Die Balleroberung dann! Butterweich umgeschaltet! Zeynulau legt ihn perfekt durch! Und dann bleibt er! Vor den Füßen! Von Rohrich! Und hat auch noch das Abschlussglück hier gegen Kühn! Perfekt getimt dieser Pass! Und da müssen sich die Osnabrücke auch fragen lassen! Wo ist denn bitte die Absicherung? Alexander! Neuer Spielstand! Und jetzt kriegen wir hier ne richtig heiße Schlussphase! Und jetzt kriegen wir hier ne richtig heiße Schlussphase! Und jetzt kriegen wir hier!